es geht willkommen zurück zu resident evil 8 wir sind im palast festung was weiß ich was und einsteigen keine ahnung ich habe total vergessen dass wir hier sind ich dachte wir werden am spiel stand weil er zurück darum müssen wir abchecken ich bin ich hab lang wir sind cool ne ein platz haben wir doch das sind jetzt habe ich ich will mich die beschweren habe ich habe zu viel medics wie war denn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 medics die hätte ich gerne am anfang vom spiel aber hey wir lernen zu tun kratzen wenig ab das ist cool aber dafür naja das ändert sich jetzt gleich wir sind dann festung als mausikos er war so klar dass ich da muss ich kann ja nicht jumpen und ich kann da nicht rüber ich dachte jetzt fliege ich runter also strom schrubflinte und brand exklusiv ich weiß es nicht dafür müssen gucken ja falsche taste wie da ist noch was jetzt mich verarschen ich wusste es irgendwie wird ist hier hier ist doch gar nichts wer sich in jeder ritz zu gucken sich hier auspusten dann kommt hier keine ahnung aladdin gleich betreibe ich wünsche wird willst du dir jedes die scheiße fertig ich gehe jetzt also das meiste hat alles an der wand so ist nichts ja außer den speicherpunkt ja das war's soll ich irgendwann abknallen ach du scheiße das geil ist ich höre sie sehe ich aber nicht da wackelt was hallo was ist denn das muss ihr nest sein na super ach du scheiße ist ja ein gebäude also das rote ein nest ne wir versuchen es mit der pistole obwohl es wieder kacke weil oha ich sehe ja was oha fucking feuer wie das hat die nicht geweckt ja oder so gott weg na ok oh jetzt aber okay das hat mich gesehen ich habe da nicht runter könntest du vergessen älter hier legge mich doch am arsch da ist ja doch noch einer boom oh gott hey nicht jobs gern zu behindert ja warte mal warte mal warte mal wir müssen es anders regeln wir müssen es anders regeln wir müssen es anders regeln ok jetzt aber zu blind haben wir die fresse die fresse kommt komm 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 wir machen es kurz gut da ich schieße die fresse ordens droht rostige teile menschen da ihr seid alles oh gott warte mal nicht einfach hier allerdings muss waren wie ist er hier die polzbeine schossen ja im sorry warte mal wir uns uns gut fucking feuer ist ein bisschen action reich hier die muss man hier eine stimmung rein bringen elter war das da lang erwartet sogar ganz kommen vor mir die fresse oh gott warte ich schnell meine weil lass mich weil er lasst mich in ruhe looten gott egal nicht weil das darfst du nur ich kann nichts ich kann schon aber ich hab keinen platz oder ist es für ne virus zwei stellplätze ja ein medic würde ich noch reingequetscht kriegen das war es aber auch das kacke wir müssen unbedingt warte wo denn ja das war eine aufwärmrunde so an ihr warte mal das ist ja das eine kacke es geht hey wieso habe ich gefühlt dass einer hinter mir ist auch richtig melden störe darfst du dich erschrecken junge kann sein dass du dir in schrot fängst wo ist der andere wo muss ich denn jetzt hin das wird ja wieder das wird eine lustige eingelegenheit alter das wird der fahne oh gott warte 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 weil ich hab da was gehört er ja halt's maul na das wird jetzt eine richtig geile nummer wuhu komm her komm her eins gegen eins bam ey aber wirklich nur eins gegen eins ne ok warte mal ma bum oh kacke ey das wird dumm oh hi oh scheiße schieß doch ich hab den trigger gespammt oh kacke jo wer ist das ey lass mich nachladen chill mal chill Junge hab ich gesagt lass mich alter leck mich am Arsch wir müssen weg hier aber wo bringt mich das hin na du oh gib mal den Scheiß her jalla 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 was macht hier was ach das geht kaputt oh gott der RG ich kaputt Digger komm 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 ah ne die Fresse ne dich hol ich nicht jetzt macht das Ding kaputt ich spamm doch F ne ich muss vorher noch dieses Kackmesser aus da war doch da war doch was das ist mich verarschen ne egal let's go hast du weg und ich dachte ich muss die Welle nur überleben ne ich ne Scheißdreck ich muss mittendrin die ganze Kacke machen ich weiß nicht mehr wohin ich muss alter das ist ja das lustige Scharfschutz und Munition na super ja ja ich hab dich auch lieb moin kacke die Munition war knapp alter wow ey 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 Brandpfeile sind hier sind nicht cool das ist nicht gestattet oh kacke ey ich schwöre ich spamm ich spamm ich spamm die ganze Zeit die linke oh ich seh gar nichts hohoho das war ein Double Kill oh alter was Junge ist das oh nein 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 oh scheiße Junge das ist doch Gott also jetzt nicht das was ihr jetzt versteht ne scheiße ist das die Munition die ich brauche ja jetzt lass doch mal in Ruhe mein Scheißzeug na das ähm super warte mal warte mal warte mal surprise warte 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 okay kann los geht komm 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 einzelt Junge was ist das ja leck mich doch am arsch jünger kommst du gar nicht in der also doch über die ok ich meine der sein kann das ist ja das nesten heißt es werden sich alle mann untereinander durch so dieser kratz war sehr wichtig war ja gut let's go leider menschen machen so viel paranee und gehen so oft drauf ned ist ein zähne ist das wir sind lieben na dann let's go eine youtube stube auch dass die offensichtlich nicht erwartet hier passiert doch das wird stürfen länger war ironie mag nun ja mann stimmt diese zwei finger die das sind wie bei diesen alien guy diese dude in amerika der hat sich ja mit absicht also falls ihr den ich kennt checkbar unbedingt sein insta aus ich weiß nicht wie der da heißt aber guck google das einfach mal alien guy oder so scheiße der hat sich wirklich seine finger also der hat nur noch zwei zwei ja zwei finger pro hand der hat sich alle absichtlich ja amputieren lassen der hat glaube ich die nase weg die ohren weg er ist komplett schwarz tätowiert also fast so 90 prozent glaubt so aus seine augen er hat andere zähne und er will sich also sogar gesagt dass er vorgenommen hat seine beine zu operieren und die durch prothese ersetzen die aussehen wie so krellen so müssen wir mal gucken der macht das mit absicht also der will das also respekt dass wir das zu wollen nein 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 erst mal die erstmal die pump kann ausrüst ja mann jedoch wir waren einfach hier bis das spiel komplett zu ende ist so weil der natürlich nicht funktioniert okay warten bis sie fertig sind mit essen damit die es war keine energie und kein bock haben auf mich oder aber die stören so ist so so ich war mir kommentar ich spaß mir einfach ja bütze ist hau drin kacke die junge sie es kommt irgend so viel knallt gleich durch die wand oder reißt mich raus hier alter jorge du kannst was findet ich kann meine waffen nicht weg schmeißen überall wo das symbol ist kann ich nicht wegwerfen aber haufe munition und mein arzt der kann ich wegschweißen ich brauche das ja alles aber kann ich mich kann ich mich heilen kann ich kurz auf die fritze fallen und mir wehtun aber nächstes besprecher das finde ich gruselig was ist das denn der ordner des körpers ja jetzt mal jetzt den bock hat das durchzulegen ach munition passt ich könnte jetzt sagen wir machen hier ende in dem gelände er aber nie das passt aber noch nicht jetzt ja ja dann gehen wir weiter in die jute schule wir checken bis in die gegend ausgucken bisschen sneaken da dies das und dann ja auf die fresse wieder in das war das war das arzt nein ich hab das jetzt wie bekloppt abgesucht so aha schick das heißt wenn ich der unterdruck bekomme ich nicht mehr hier hoch super das wiederum heißt wir müssen bis zum nächsten checkball spielen das wird aber ich könnte also was ist mit dem video wir sehen uns beim nächsten mal deswegen abonniert den kanal like das video glocke aktiviert ihr wisst bescheid das war's bei dem video tschö mit ö